Schlummern in Ihren Schränken auch noch die alten Schätzchen auf Kassette? Dann wird es Zeit, Sie ins digitale Zeitalter zu holen. Und zwar mit dem Tape2PC-Kassettenspieler von Auvisio. Legen Sie einfach die gewünschte Kassette ein und verbinden Sie den Player über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem PC. Der Tape2PC bringt die Software Audacity mit. Damit starten Sie per Mausklick die Aufnahme und schon landen Ihre Kassettenhits als MP3s auf dem PC. Selbst wenn die Tonqualität der Bänder über die Jahre etwas gelitten hat, kein Problem. Mit Audacity entfernen Sie Tonfehler und Störgeräusche kinderleicht. Übrigens können Sie den Tape2PC auch ganz einfach als Kassettenspieler für unterwegs nutzen. So wie früher den guten alten Walkman. Der schicke Metallic-Blaue Player kann sich überall sehen lassen und passt in jede Tasche. Eine rundum praktische Sache, auf die kein Kassettenbesitzer verzichten muss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017